Zwölf Jahre Angela Merkel sind genug, meine Damen und Herren. Harte Worte und viel Jubel bei der Wahlkampfveranstaltung der Linken in Frankfurt. Die Spitzenkandidaten Dietmar Bartsch und Sarah Wagenknecht erhielten viel Zuspruch von den fast 2000 Zuhörern, die zur Hauptwache gekommen waren. Immer wieder griff Bartsch die Kanzlerin und die große Koalition an. Ich kann Ihnen versprechen, mit der Linken wird es keinen Abbau sozialer oder kultureller Leistung geben. Mit der Linken wird es keine Kampfeinsätze der Bundeswehr geben. Mit der Linken wird es keine Einschränkung demokratischer Rechte geben. Wir werden immer gegen Hochrüstung, gegen Geschäfte mit dem Krieg, gegen Terror, Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus auftreten, meine Damen und Herren. Auch Sarah Wagenknecht ließ keine Gelegenheit aus, Angela Merkel zu kritisieren. Merkels Äußerung Deutschland ginge es so gut wie nie zuvor, lasse sich laut Wagenknecht nicht damit vereinbaren, dass 40 Prozent der Bevölkerung heute weniger verdienten als noch in den 90er Jahren. Das zeigt doch ganz klar, diese Bundeskanzlerin hat keine Verlängerung verdient. Die gehört in Rente geschickt. Und ich finde, das muss unser Wahlziel sein. Das sollte nicht wiedergewählt werden, wer so arrogant über die Verhältnisse hinweg redet. Weiterhin kritisierte sie vor allem Arbeitnehmer betreffende Themen wie befristete Arbeitsverträge und den Mindestlohn, der mit 8,84 Euro viel zu niedrig angesetzt sei. Vor passender Kulisse zwischen den prunkvollen Bankentürmen argumentierte Wagenknecht auch für eine Vermögenssteuer für Millionäre und Milliardäre. Denn alle anderen Parteien würden sich das nicht mehr trauen. Und da sind sie ja auch alle immer in der ganzen Debatte so aufgebracht. Wie kann man denn eine Vermögenssteuer, ich meine, früher war das ganz normal, bis 97 gab es eine. Selbst die FDP und die CDU haben die vertreten. Aber jetzt vertraut sich noch nicht mal mehr die SPD. Nach ihrer Rede ging es dann für die Spitzenkandidaten schnell weiter zum nächsten Termin. Und da sind sie ja auch alle anderen Parteien.